Okay, das war's. Gut. Viel Funktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartenspezialisten kontakt bedrohlich. Okay. Nicht gut. Oh, so ein fetter Achterscheiße. So, das ist natürlich sehr angenehm, wenn du hier noch so eine Sauerstoffbutze mit drin hast. Systeme, Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartenspezialisten kontaktieren. Oh, die ist... Ach du Scheiße, die ist jetzt noch in Schwarz. Ach du Schande. Da sind jetzt noch einiges mehr vertragen gerade als die normalen. Ach, ich bin wieder so ein fetter, ey. Oh, wirklich? Wie, was? Echt jetzt? Die sind von der Kellian hier rübergekommen? Äh, die Kellian war da ja nicht, wa? Aber die war noch bloß, die war noch bloß auf dem anderen Schiff. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Okay, also wieder rein. Okay, also wir haben die Navi-Karten. Jetzt werden wir uns mit dem Typen treffen. Woah! Fuck. Fuck. Scheiße, ey. Ah. 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 Einfach nur. Ah. Agh. Okay. Entritt Schwerelosigkeit. Oh, das war so scheiße. Oh. Okay, jetzt ist es jetzt gerade nicht richtig im Besatz. Okay. Schauen wir mal, ich glaube eine Navigationskarte fehlt uns jetzt noch. Oh. Hm. Hm. Oh. 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 Und da war die dritte Navigate. Diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr, mein Freund. Bis jetzt waren sie ja ganz einfallsreich, aber meine Kreation ist frei. Wieder geboren in die tosende Itze des Lebens. Jetzt wird es Zeit, dass sie sich einbringen. Scheiße, echt jetzt. Der Dicke ist wieder da. Mö, 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 mö. Ah, Kinder, nee, dieser Strich. Dieser Strich. Hätten wir das denn mal. Der Dicke ist wieder sauber. Du musst schliessen. Der Dicke ist breit! Ich habe die Dschung schon drückt. Verschwinde da! Das ist ein jemals Nummer. Ausgezeichnete Arbeit, Mr. Clark. Wirklich ausgezeichnet? Und jetzt kommen Sie zu mir in den Wippereich. Die Tür ist offen. Behalten Sie sich. Alles weg, du solltest Dr. Kyle mit Vorsicht genießen. Ein Großteil der Wachen, die ich bisher herausgefunden habe, stammt noch reinen Aufzeichnungen. Herr Mann ist total irre. Aber trotz seiner Labilität könnte er gewalttätig werden. Na klasse. Herr Mann ist total irre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017